Yo, hallo zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Rise mit dem Geras Frey. Hey, willkommen. Was machst du da? Kannst du mir mal sagen, was ist das denn für ne Scheiße? Was willst du denn bauen? Hier sind tausend verschiedene Laboratoriblocke. Du brauchst ne Chisel. Ach so. Chisel Dizzle. Was willst du denn bauen? Ja genau das wollte ich tun. Chisel. Bau mal drei Grinder. Okay, damit ist er beschäftigt für die Folge. Hey, ich kann nicht nach Sachen suchen. Warum nicht? Ach so, da unten. Ach so. Der Modpack Spezialist. Mobgrinder, Grinder ne? Grinder. 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 Oh, ich bin ja voll schnell. Aber warte mal, ich kann mal so bauen. Do you know what the Grinder is? Also ich sehe ihn natürlich und so, aber ich hab jetzt draufgedrückt, also mir die... Ach so. Grinder. 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 Weißt du... Wie kann man nun mal das Rezept dann in den Scheiß reinpacken? Wie geht das? Äh, Shift und Fragezeichen. Auf das Fragezeichen. Ach, Shift und Fragezeichen. Ach so. Oh ja. Geht aber nicht immer, geht glaube ich nur bei manchen Modpacks, wenn du auch alle zutaten hast. Plastic Sheets, ja fuck alter. Genau, da macht er mal ein paar Plastic Sheets. Plastic Sheets hast du schon. Sehr gut. Okay, das ist sehr, sehr, sehr gut, dass das... Das ist ja ausgezeichnet, ey. Ausgezeichnet. Ähä. Machine Frame hast du auch auch geil, ey. Cool. Ich hab alles? Wie gesagt, drei Stück brauchen wir. Ne, ne, alles hast du... Doch hast du echt, Tatsache. Hä, warum wurde das nicht direkt da unten reingezogen? Nein. Aber es geht nicht. Hä? Du kannst es nicht. Hä? Ich hab alles drin. Glaub mir. Glaub mir, Digga. Ne, ich hab echt alles so drin, wie es da stand. Aber es... Passiert nix. Also es ist rechts nicht... Wow. Aber warum? Weiß nicht. Ah, nochmal zur Info. Ich weiß ja nicht, wann die Folge rauskommt, aber kann sein, dass da Livestream ist. Und zwar sonntags 19 Uhr gibt es immer einen Reis-Livestream. Uncle Ben's Reis-Livestream. Hä, scheiße, brauche ich noch mehr. So, Product Edition abgehakt. Ach so. Tin Gear. Ach, Tin Gears brauchst du. Tin, Tin. Äh, Tin Gears, da gibt's mehr Rezepte. Bau die am besten aus Eisen in der Mitte und Tin drumherum. Also so, nicht komplett drumherum, sondern nur oben, unten, links und rechts. Ja, ich weiß. Du weißt was, was ich sage. Ich bin ein Profi. Ah, ja. Kann ich essen. Äh, ich will essen. So, dann nehmen wir noch ein paar Fuzzi-Blocks. Ein paar Fuzzi. Ja. Kleiner Fuzzi-Block. Hm. Ja, du kleiner Fuzzi-Block. Fuzzi-Panel oder... Ne, Fuzzi-Blocks. Natürlich Fuzzi-Blocks, Alter. Was los, Alter. Ja, das denke ich mir auch, ey. Gerade in der Mob-Farm-Branche... Sind Fuzzi-Blocks sehr gerne gesehen. Ja? Ja, auf jeden Fall. Boah, das wird die dickste Mob-Farm ever. Und in was Wort? Soll ich Invar-Ingit... Ah, ja, okay. Boah, ist das easy, Alter. Boah, ist das easy. Ja, wenn man alles hat, is it easy, ne? Oh, du hast kein Ingvar. Oh, echt nicht? Ach, Ingvar. Ingvar, nicht Ingvar. Ja. Ja, wollte schon sagen, wir sind ja nicht im... Ja. 660, hast du... Sollst nichts kochen, oder was? Haha. Ingvar. Boah, ist das schön. Mir fällt jetzt gerade mal auf, wie ich auf äh... englische Begriffe getrimmt bin, aber ich immer auf Deutsch spiele. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich schmoss die, Alter. Stell mal alles auf Englisch, Digga. Oh, Mann, ey. Wot wird die schönste Mob-Farm ever. Und, Greiner stehen, angeschlossen, laufen. Läufen. Läufen. Läufen? Komm zu dir gepflegt. Äh... Ich musste nochmal gucken. Super-Rigy. Hm, 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 hm. Und wenn du mal am Burn bist, der Körper zu gepflegt. Super-Super-Rigy. Ha, 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 ha. Flegt. Genau so. So richtig behindert, so. Ah, alles klar. Ah, ja, der Super-Ru-Show. Du hast keine Bücher? Alter Junge. Was up? Habe ich auch keine Zutaten für Bücher? Da weiß ich nicht, wie das heißt. Wie heißt das? Buck. Nein. Oder was? Nee, Buck natürlich nicht. Ja, nein. Buck. Boah, ich mache mir immer ein Konverter, der Belschen. Ich bogele es mal. Dann kann ich voll schnell rennen. Hallo? Oh. Oh nein. Schöne Hake, Rücken. Schöne Haken. Inverse Ward. Leather. 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 Nee, nee, Leather ist das. Ach, Paper fehlt. Loll, du hast kein Paper? No. Also fünf, aber das ist jetzt nicht unbedingt viel. Ähm, Zucker, Zucker, Zuck, Zick, Zuck. Aber Sugarcane's habe ich, oder? Sonst muss ich die Farben alle anderen bauen. Ah, Sugar, Sugar. Danke. Ja, hast du. Ah, sehr gut. Hi, hi. Das war ich gerade schon bei der Farm, weißt? Weißt? Ticko. So. Aber eigentlich bräuchte ich mal für die Mobfarm dunkles Glas, damit da nicht so viel rein scheint, weißt du? Aber Dropridges da. Dropridges. Oh, es gibt, oh, vier Dropridges. Ah. Das ist aus der Zeige. Weil ich mir nur gerade, wie kommt da raus? Lamp. Oh, ich hab Papier. Hm, 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 hm. Okay, warte, ich geh mal wieder hoch. Das ist quasi jetzt, um die Spawner auszumachen. Man könnte natürlich auch einfach ein Kabel dran machen, das ist aber nicht so cool wie das, was ich jetzt hier baue. Sägen. Aufgepasst. Das gibt Action. So. Kommst klar mit dem Buck? Ja, wie viele Grinder brauchst du? Drei. Hab ich. Ich hoppe, die schappe das. Easy, Alter. Easy gedreckt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt fünf. Fünf Reihen. Ja, wie das aussehen soll, weiß ich noch nicht. Lass ich erstmal so. Eins, zwei, vier, fünf. Nein, jetzt hab ich einen Stein zu wenig. Soll ich dir einen Stein bringen? Ja, eine Lamp. Achso, was für eine? Ja, die heißt so, Lamp. Lamp. Achso. Achso, was für eine? Weiß oder Inverted White Lamp. Ja. Inverted White Lamp, man. Wo bist du? Mob Farm Open. Da, wo wir spawnen immer als Monster. Ja, ich seh's. Also wir haben letzte Folge Monster gespielt, das war richtig cool. Müsst ihr mal reingucken. Ja, wie im Kindergarten. Hier. Ah, ich komm nicht hin. Genauso dumm wie so, Mob. Aber die Lampe. Hab ich dir gegeben. Nein, hast du nicht. Ah, die hab ich wieder aufgehoben. Ja, hast du. Guck mal, das zeig ich dir dann. Ich glaub, das schaffen wir diese Folge nicht. Aber wir können die Grinder setzen. Alter. Hä? Was ist denn Drawbridges? Was ist das? Dann drücken wir einen Hebel und dann fahren so Lampen aus, die die Spawner umringen. Deaktivieren dann, ah. Ja, wie gesagt, du kannst natürlich auch ein Kabel dran setzen bei den meisten Spawnern, aber so ist cool. Sollen wir die Spawner ist? Sollen wir die mal erstmal anmachen und dann hol ich mal eben was? Ja. 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 Komm, ich hab ne voll die Aufgabe für dich. Ne, denn auch gar keine Spawner. Ja, deswegen. Ja, das ist jetzt die Aufgabe, Mann. Oh nein. Was ist das? Spawner Zombie. Pass auf. Ja. Oh, warte. Willst du mal Spawnern? Ne, ne, hier, guck. Hier. Nimm das mal. Ja. Oh Gott. Dann fahr mal in die Hölle. Warte. Oh lol. Und dann? Und dann holst du da am Eingang nen Spawner ab. Setz dich mal da rein. Hier wohin? Hier in das Kart. Hä? Da steht ja nur Tempel dran. Ja, Tempel, Höllen total ist neben Tempel. Tschüss. Ja, super. Tschüss. Also kommst raus, da wo wir mal waren, weißt du? Neben dem Höllenportal ist quasi ein dicker, fetter Spawner. Hol den mal bitte. In der Zeit hab ich das fertig hier. Ich find das schon. Haha, du bist ein Profi. Ja. Ich bin ein Obstwander-Hohl-Profi. Ich brauch nur ne Vrench. Oh, ich hab grad was richtig Geiles gesehen, Alter. Warte mal. Wie hieß er denn jetzt? Vrench? Nee. Was hab ich da genommen? Conduit. Teil verwirrt. Guck wie du hier deinen Teil hingelassen hast. Was liegt da rum? Ja, ja. Minicard. Achso, steht da jetzt noch eins, sagst du? Ja, hab ich abgebaut. Cool. Und einen Lever. So. Und wir brauchen noch... Ich bin drin. Ja, okay. Ja, drin und rechts ist quasi ein Spawner in dem Raum. Digga. LOL. Die Viecher können hier durchrennen. Ja, weißt du, ist ja offen. Ich hab keine Waffe. Hol den Spawner und renn raus. Achso, der... Achso, den. Ja. Ah, ja. Spawner und lauslernen. Ja, ist ein bisschen problematisch, wenn die mich aus dem Portal rauskicken können, ne? Wo ich dann... Achso, meins. Ja, okay. Easy get wrecked. Warte mal, irgendwas wollte ich noch. Das hast du mich abgelehnt. Ah, ja, genau. Carpenter. Ah, nicht. Wie ich mal eben 4000 Carpenter-Blöcke hab. Das läuft. Kann alles bauen, was ich mir wünsche. So, da kommen dann die Grinder hin. Der Raum davor wird, glaube ich, noch ein bisschen größer gemacht. Mal gucken. Lul, hier ist ein Baum gespunt. Ein Baum? Das ist ein ganz komischer Mob. Auch noch ein super Mob. Okay, der geht jetzt gerade weg. Der spielt gerade Mob in der Mob-Fahrung. Wo ist alles offen? Alter, wo bin ich hier? Nein. Hilfe. Ich muss ja überall den anklicken. Oh, das wird ärgerlich. Okay, ich bin jetzt bei deinem Haupteingang. Ausgezeichnet. Ich bin zurückgelaufen. Wie er sich dann nicht auskennt hier in dem Haus. Natürlich. Hey, ich kann, seitdem ich in der Hölle war, nicht mehr rennen. Vielleicht muss man was essen. Nee, nee. Ich bin immer voll. Ah, sehr gut. Aber vielleicht muss man ja was essen. Komm, Vrench, pass auf. Ach, nee, falsche Knob. Komm, ich bin jetzt da rein. Ach, da oben. Ich kann echt immer rennen. Gar nicht mehr. Passiert, sind meine Beine? Genau, zooms raus, sind einfach keine Beine mehr. Hä? Lift the game. Ich bin weg. Oh, don't you game. Geht der wieder? So, warte mal. Geht das so schon? Ich hab immer noch einen Debuff oder was? Ah, Sloan ist zwei. Lol. Ah, okay. Das erklärt einiges. Das tut es. Jetzt kannst du leider mal den geilen Scheiß hier angucken. Es hält aber ewig. Ach so, lol. Ach. Ich bin verbuggt. Nein, das ist wegen der Dolly, wegen dem Spawner. Hätte ich dir vielleicht auch sagen sollen, ne? Oh, lol. Hab ich vergessen. Nee, wusste ich ja. Hab dich vergessen. Ich konnte mir nicht die Relog mal eben. Der war lustig. Was ist nicht, wie ich zu dir komme übrigens? Sag ich doch, du kennst dich hier nicht aus. Ja, doch, doch. Ja, ich war ja schon am Opspawner, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Na unten, meine ich. Am Opspawner? Nee, warte, wo bist du denn? Bist du schon... Ah, hier. Bei den Blumen. Ach so. Die wir zerstört haben. Dann geh doch einfach in die Tür rein, geh ins Lager und komm dann den Gang hoch. Weil ich glaube, anders kommt man hier gar nicht mehr rein momentan. So richtig gut. So. Das ist geil. So ist das geil. Arbeitsamt. Oh, ich glaube im Chaos noch. Master 10. Ah, jetzt. Hilfe. Hm. Ah, ich bin da. Komm hoch. Hä? Was macht der Grinder genau? Der killt Monster. Also wenn ich jetzt dafür... Ich hab die Maschinen gebaut, die die töten. Das geht so weit runter. Oben drauf? Ne, ruhig drunter. Okay. So. Scheiß wieder. Hier, ich leg's dir da hin. Oh, 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 oh. Ich komm nicht dran. So, warte mal. Das ist jetzt die Dolly. Wie machst du das an? Hier oben ist ein Hebel noch. Hier. Das ist cool aus. Düt, 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 düt. So. Aber warte mal, ich werde mal was versuchen. Und zwar werde ich den Spawner jetzt upgraden. So, dass man nicht in der Nähe sein muss. Ah. Du musst ja nur wahrscheinlich... Und du kannst den sogar noch krasser upgraden. Und dann kommen richtig viele Monster da raus. Das lassen wir aber mal. Warum? Ja, weil dann, keine Ahnung, alle drei Sekunden zehn Monster da rauskommen oder so. Da hätten wir dann so... Die Teile sind aber auch nicht die schnellsten, ne? Diese... Äh... Conveyor Belts? Ja, genau. Ne, stimmt. So, ich komm mal hoch. Weil wenn die mich sehen, kommen die dagegen an. Ja, genau. Aber ich mach ja bald dunkles Glasseiten. Lol, ihr sind ja schon zu little und... Guck mal. Jetzt kommt da so ein Kern rein. Dann ist der, glaub ich, leer. Ah, ja. Und sie ist jetzt und steht hier eins. Hold Shift for, ähm, Upgrade-Info. Mach mal. Shift, hold, shift. Was soll ich rechts geht? Links geht machen? Ne, Shift einfach drauf. Wie soll man denn Shift auf dem Block machen? Ne, du machst einfach Shift und guckst dann drauf. Achso, du meinst, wenn ich... Achso. Du meinst sneaken. Ja, genau. Ja, Shift ist bei mir was anderes. Guck mal, da steht zum Beispiel ein Etas da. Dann brauchst du keinen Spiel mehr in der Nähe. Dann, wenn du einen Notch-Apple reintust, dann brauchst du keine Dunkelheit theoretisch. Oh. Und wenn du einen Wyfund-Core reintust, einen Awakening-Core, dann bekommen halt immer mehr Monster da raus. Und man muss jetzt noch eine Seele reintun. Die du ja gerade wahrscheinlich bekommen hast, weil du die, äh... Ne, ne. Die kriegst du von Monstern zwischendurch mal. So, und jetzt... Achso, dann musstest du gerade den zerstören, aber braucht es noch eine Seele von den Viechern. Ja, genau. Damit du dann wieder einer wierst. Ja. Komm, geh da rein, Digga. Das war... Aua. Ich bin verwisert. Hä, lol. Hecker. Der ist nicht wieder hochge... Alter. Das ist ja der Babbo. Ja, ich glaube, wenn die uns nicht sehen, dann geht das. Das ist ja nur, weil die so krass drauf sind. Guck mal, der untere will uns immer noch haben. Ja. Warte, geht das denn, wenn wir den ausschalten jetzt? Hauptsache noch Pfeile in dem... Pfeil hier unten. Jetzt nimmer, ja. So, warte, wir warten mal eben. Sonst muss ich da Kabel dran setzen, wenn das so nicht gehen sollte. Und da kommen halt Redstone-Blöcke raus, genau. Stimmt. Ja, was sollte denn da nicht gehen? Na, das ist vielleicht so... Vielleicht ist das so dunkel. Ja. Guck mal, wenn du von unten reinguckst, so voll mega hell. Scheint aber zu gehen. Ja. Okay, ich lass den nochmal aus. Komm, wir müssen die killen da unten. Die Greiner gehen ja noch gar nicht. Ach ja, stimmt. Ach so. Oh, lol. Ist der Strom? Ich hab was vergessen. Das ist ein bisschen tief. Ernsthaft? Sterben die da? Ja, wenn die hier oben schon runterfallen und dann nochmal unten. Lol. Ja, aber du kannst da ja eine Wasser-Dingens hinbauen. So eine Bremse, ne? Eine Wasser-Bremse. Ja, ja. Das geht. Oder man macht weiche Blöcke dahin, aber dann sind die Conveyor-Bels, sind wir da. Dann könnte man... Das macht keinen Sinn, nee. Lass lieber hier so eine Wasser-Fütze hinmachen. Eine Wasser-Fütze? Dann brauchen wir Schilder und Wasser. Äh, hier kommen Viecher runter. Ja, weiß ich. Wollen wir mal gucken, was die machen. Ach so. Vielleicht sind die auch gestorben. Oh, lol. Ja, lass durch. Lass durch. Oh Gott, oh Gott. Alter Mobbing-Kreis. Genau, nicht hauen, weil dann... Ja, nee. Ach doch, die überleben. Ja, dann geht's. Okay. Okay. Ja. Ja, dann geht's.